damit herzlich willkommen zu einem neuen unboxing video diesmal ist es zu uncharted 4 thieves and der special edition ich habe mir die special edition vorbestellt weil da ein schickes steelbook dran ist und ich dachte mir ich tue da doch direkt mal unboxen und zwar ja ich sag auch mal von vorne dann von der seite dann von hinten happy treasure has its price und da sieht man dann auch hier was alles drin ist als das war mehr als der bau sind beziehungsweise ihr seid hier um das herausfinden deswegen schauen wir uns das auch direkt an ja hier haben wir ein steelbook ein bisschen glänzereich aber hier sieht man hier sieht man den bruder von ihm von sally und alina und dann ist es ja was sehr cool ist hier auf der seite ist es tatsächlich auch mit schrift damit man so ein regal stellen kann und hier hinten sitzt ein bild ja und dann haben wir hier noch so hier rumliegen haben wir noch das uncharted 4 a thieves and art book sie sind die art of uncharted 4 a thieves and das sieht halt von der seite hier so aus sieht auch noch mal die art of uncharted 4 drauf und hinten sieht dann so aus sieht man komplett also das zeige ich gleich noch ein bisschen ich zeige gleich noch ein zwei seiten aus dem buch ich würde dann sagen man sieht ich dann gleich wieder so dann haben wir das hier alles jetzt raus ich zeige euch jetzt gerade mal was da drin ist und zwar einmal so eine art anleitung ja so eine art was vielleicht sich das bekommt und wie die steuerung vom spieler ist dann haben wir hier einmal einen download code den zeige ich natürlich ein psn download code für die inhalte die man bekommt und zwar ist das ich kann euch das gerade noch mal sagen schneewaffendesign für den multiplayer modus und an schadepunkte für den mehrspieler für die mehrspieler versorgung und drake als diep charakter des seines für die mehrspieler modus also drei inhalte könnte man dann und dann haben wir hier was auch vorne noch stand das uncharted 4 sticker collection haben wir hier nur die dog und den verschiedenen banden wahrscheinlich auch wieder die im spiel vertreten sind wird wahrscheinlich so ähnlich laufen zwei last of us denke ich mal ich sehe das hier ist nicht so mein jetzt besser aus als zu lassen muss man nicht sagen ja dann zeige ich euch das die prognummer von komplett so sieht es aus im kompletten und so sieht es praktisch von innen aus ja pretty much ist es das ich würde noch mal die cd rausnehmen damit man noch mal gucken können wie das so sieht das ganze ohne cd aussieht so sieht das ganze ohne cd aus wunderschön ja gut dann werde ich gerade noch das ganze wieder einrund und dann sieht man sich gleich wieder so stimmt ja ich wollte dir das buch auch noch was zeigen und zwar zeige ich da jetzt so ein zwei seiten hier haben wir alleine hier auf der seite haben wir sally und hier haben wir nathan ja ich glaube das wird auch werde ich jetzt das komplette an schade buch will ich euch jetzt nicht zeigen unbedingt ich will euch jetzt nicht unbedingt das komplette an schade buch zeigen und daher ja da würde ich sagen ich zeige euch das sonst noch mein kompletten hier ist die box ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja lasst den video einen daumen nach oben da teilt es mit freunden und bekannten lasst mir ein abo da wenn es euch wirklich gefallen hat und ja da würde ich sagen sieht man sich beim nächsten video beziehungsweise unboxing beziehungsweise reaction video wieder und ja bis dahin tschau 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 Oh!